Musik Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zum Montagsvideo Weihnachtszwänge, genervt sein und Co. Wenn man sich nach außen schaut, ist natürlich unsere Weihnachtswelt zum Teil sehr, sehr heil. Überall die bunten Lichter, es wird geworben mit Glühwein, Keksen, Adventsfeiern, und die lauschige Stimmung wird natürlich zelebriert nach außen getragen. Es sind jetzt nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Die Festtafeln werden gezeigt, familiäres Zusammensein soll, darf, muss gefeiert werden. Eine Wahrheit ist für mich, ich selber habe mich sehr viel mit Weihnachten beschäftigen dürfen und können. Meine Eltern haben ein sehr positives Weihnachtsfest geprägt für mich. Ich habe immer schöne Geschenke bekommen, die Familie hat sich getroffen, meine Mutter hat da Lust drauf gehabt, das wurde lecker gegessen, wir haben zusammen Musik gemacht. Ich habe ganz, ganz wenig schlechte Erinnerungen. Darum, als ich zu meinem Mann kam und er einfach Weihnachten eher, uh, muss es sein und Harmonie zu wagen, uh, brauche ich nicht und Geschenke kaufen ist stressig, kotzt nicht viel Geld, hoffentlich sind die Geschenke die richtigen, war ich so überrascht. Ach so, man kann auch Weihnachten nicht mögen und wir haben ganz viele Jahre uns miteinander natürlich weiterentwickelt. Ich habe ihm immer gesagt, hey, Weihnachten ist toll und ich glaube, an vielen Stellen mag er es jetzt auch. Ich dekoriere sehr gerne, ich backe sehr gerne und ich freue mich natürlich auch wieder an Heiligabend sind alle unsere Kinder da, wir werden zusammen lecker essen, unsere Weihnachtstage sind immer sehr, sehr schön. Aber, und das möchte ich jetzt einfach, ich habe natürlich viele Patienten, die einen sind krank, die nächsten sind einsam. Beim Coaching erlebe ich natürlich ganz, ganz viele Menschen, die in Zwängen stehen, die mir erzählen, boah, ich finde meine Geschwister so ätzend. Die haben mir so oft eine reingewürgt, jetzt muss ich da wieder an dem Tisch mit denen sitzen und darf da keine Miene verziehen und wehe, wenn ich irgendwas sage, dann guckt meine Mutter böse. Ich will sie aber an Weihnachten auch nicht enttäuschen. Wieder andere haben Gewalt, Stress mit dem Vater erlebt, haben aber Mitleid, mit Gefühl mit der Mutter, setzen sich auch an den Tisch, könnten eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz platt, ins Essen kotzen. Das heißt, diese Realität, die sich um Weihnachten herum ergibt und ich fand es sehr spannend. Ich verlinke euch die Sachen, die ich erkläre unten in der Infobox. Edeka hat eine sehr, sehr, sehr provokative Weihnachtswerbung gemacht. Ein älterer Mann sitzt am Tisch und möchte einfach mit der Familie feiern und jedes Jahr sagen die Kinder ab. Und weil er dann irgendwie merkt, ich werde älter und ich sitze da immer alleine, hat er die Entscheidung getroffen, den Kindern eine Sterbeanzeige zu schicken und die kommen dann an Weihnachten nochmal nach Hause oder sollen nach Hause kommen, um Abschied zu nehmen, eben trauerfest. Ich erzähle jetzt nicht den Schluss, ihr könnt ja das Video angucken. Es kommen einem die Tränen, das ist sehr ergreifend, das ist berührend. Und ich habe im Internet gelesen, bei weltbild.de oder irgendeiner Seite, brauchen die Deutschen einen Vorschlaghammer, um Gefühle zu fühlen. Und ich glaube, es hat alles immer was Wahres und andererseits ist es auch lächerlich. Wenn 40 Millionen Menschen diesen Video angucken und nur ein Zehntel davon sich nochmal Gedanken macht, wie möchte ich eigentlich meine Eltern sehen? Was bedeutet Wertschätzung und Respekt? Wo möchte ich in mir Frieden schaffen, um meinen Eltern vielleicht zu begegnen und zu sagen, Hey, ja, es war schwer, aber es ist trotzdem in Ordnung. Du hast mir mein Leben geschenkt, ich erinnere mich oder ich möchte verstehen, dass du dein Bestes gegeben hast. Auch wenn es wirklich schwer war. Und es gibt natürlich Ausnahmesituationen von wirklich heftiger Gewalt und Traumatisierung. Da gibt es in Aufstellungen auch manchmal die Sätze, du hast es verspielt, du gehörst nicht mehr dazu. Oder ich darf mich trennen, ich darf mich zurückziehen. Es kann sein, dass es für den Rest des Lebens so stimmig ist. Es kann sein, dass es Übergangsschritte sind zu Prozessen, dass das Kind gewürdigt wird, das Schlimmes erlebt hat, aber die spirituelle Seele irgendwann Liebe empfinden darf, wenn das Kind in dir geheilt ist. Deswegen möchte ich an solchen Stellen einfach sagen, diese Provokation, die durch so eine Edeka-Werbung ausgelöst werden kann, vielleicht ist die Provokation auch der Weihnachtsmarkt, weil alle zusammen happy sind und du fühlst aber, ich kann nicht happy sein. Mir tut es aber weh. Ich habe aber keine Gemeinschaft. Ich fühle mich aber mit meinen Freunden nicht verbunden. Meine Freundin hat mich aber betrogen mit meinem Partner. Oder mein Mann hat mich dieses Jahr verlassen. Ich habe keinen Bock auf, lauschig zu machen. Jetzt gehst du aber vielleicht mit Arbeitskollegen zum Weihnachtsessen. Dir ist vielleicht zum Heulen. Du hast vielleicht hammermäßig Migräne, weil du deine Gefühle unterdrückst. Es wird zu laut gelacht. Du fühlst dich angefressen und schlecht. Ich möchte einfach mal sagen, ich glaube, dass Weihnachten einfach nicht nur das Fest der Liebe ist, sondern dass dramatischerweise Weihnachten eben wahnsinnig viel Gefühle macht und sie auch deutlich fühlbar macht. Und wie gesagt, am Anfang habe ich erzählt, ich habe eigentlich ganz viele gute Gefühle zu Weihnachten und einmal hat es mich auch erwischt. Letzte Woche war ich in der Stadt und ich brauche den neuen Terminkalender für 2016. Logischerweise als Unternehmerin kein Thema. Ich war ja schon ein bisschen spät dran. Ich hatte schon auf Fresszetteln einige Termine. Es hat mich schon geärgert, dass ich mich die ganze Zeit nicht darum gekümmert habe. Ich bin in den Laden, wo ich jedes Jahr den Terminkalender gekauft habe, rein. Sieg ist sicher. Ich dachte, da habe ich in zwei Minuten erledigt. Dann komme ich da hoch, die ganze Etage mit glücklichen Kindern. Die hatten rote und grüne Zipfelmützchen an. Die Eltern leutselig lächelnd, schautend auf dieses schräge Gesinge. Ich sage es jetzt mal, wie ich es empfunden habe. Ich habe gedacht, oh, Weihnachtsziehe dazu. Oh, du fröhliche, oh, du seelische. Ich war aber als Unternehmerin, die gestresst war an diesem Tag unterwegs. Ich hatte schon eine Menge Einkäufe gemacht. Ich habe noch andere Sachen klären müssen an diesem Tag und wollte jetzt einfach einen Terminkalender. Und die Verkäuferin sagt so, ah, stand so da. Mir war nicht nach. Jedenfalls, ich bin da hingegangen und gesagt, Entschuldigung, ich finde den Terminkalender nicht, den ich immer suche. Haben Sie den? Die guckte mich an. Also, ich höre doch hier den Kindern zu. Ich dachte, Entschuldigung, vielleicht sind Sie auch noch nebenbei Verkäuferin in diesem Laden. Ich bin halt ein bisschen runtergefahren. Nach drei Minuten hat sie dann irgendwann begriffen, dass ich was kaufen möchte und dass ich Beratung brauche. Also hat sie geguckt, ah, nee, den haben wir nicht mehr. Also dann war es ja auch etwas kooperativer. Sie schaute, ob sie noch nachbestellen könnte. Nein, gibt es leider nicht. Und dann habe ich so gemerkt, ich musste ja dann warten, bis sie dann was gemacht hat und in den PC geguckt hat, ich stand da. Und dann sah ich diese glücklichen Kinder mit diesen glücklichen Eltern in diesem glücklichen Weihnachtsraum, mit dem glücklichen Glühwein, mit den glücklichen Keksen. Und ich musste irgendwie so befreiend lachen. Aber kein Wunder gibt es da Leute, denen die Krawatte platzt. Kein Wunder gibt es da Leute, die sich über den Konsumrausch aufregen. Ich habe natürlich auch ein böses Dings unter meine Sachen gekriegt. Ich habe das vorletztes Mal ein Video veröffentlicht. Finde das passende Geschenk, weil ich einmal mit Zweistuhltechnik erklärt habe. In dem Moment ist mir klar geworden, okay, ich verstehe euch. Alle, die ihr Sätzen findet, heute finde ich es auch nicht lustig. Das heißt, manchmal hat man den Eindruck, es ist eine gemachte Show. Aber letztlich ist nicht die Show, die gemacht ist, sondern es ist in einem selber, weil man traurig, gestresst, ohnmächtig, wütend oder sonst was ist. Und als ich dann dahin geatmet habe und gefühlt habe, wo kommt mein Genervtsein her, wo kommt meine Wut her, was habe ich für einen Stress? Ah, da bin ich auf einmal da dran gekommen, an mein Herzen habe gemerkt, okay, ich mache mir Sorgen um meine Mama, die ist gerade krank und der geht es nicht gut und ich habe keine Zeit für die, weil ich einfach gerade viel arbeite und das Kind und die anderen Kinder. Da gibt es eine Menge Rummel, die brauchen was, die wollen was. Ich wollte ja auch noch backen und dekorieren. Das heißt, in dem Moment kam ich zu meinem Gefühl, ich habe Sorge um meine Mama. Und auf einmal war das alles weg. Die durften da singen, die durften da essen und trinken. Ich habe einfach gespürt, okay, ich rufe jetzt nachher meine Mama an, verordne ja nochmal ein Mittel und gucke mal, wie ich damit umgehen kann, dass ich als Kind jetzt Aua habe. Das heißt, wo sorgst du für dich? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es, wenn du einfach jetzt Weihnachten rumbringen musst, du kannst jetzt einfach noch ein paar Videos von uns angucken. Hier haben wir ein paar Videos, Nummer 31, Nummer 32. Heil nochmal das Mutterthema in dir, das Vaterthema in dir. Das heißt, schau dir einfach vielleicht andere Videos an, wenn du Ängste hast. Oder überleg dir, nächste Woche Montag wird nochmal ein Video zu 2016 Jahresziele erreichen. Dann bring halt die Weihnachtsfeiertage rum und schau, was du danach für dich machen kannst, um nächstes Jahr weitere Schritte zu machen, die dich vorwärts bringen. Wenn dir unser Kanal gefällt, abonnier ihn hier, schenk mir ein Like, kommentier was. Ich wünsche dir einfach eine ganz, ganz schöne Woche. Und ich wünsche dir vor allen Dingen in den wenigen Tagen, wenn das Weihnachtsfest ansteht, dass du, wenn du genervt bist, dass du das zulässt, dass du zu deinen Gefühlen kommst. Und wenn du Liebe und Freude hast, was wir hoffentlich wie immer haben, dass du es genießen kannst, steh zu dir, sorge für dich. Dann wird auf jeden Fall diese Zeit vorbeigehen mit der Erinnerung, die halt dieses Jahr so ist für dich ist. Es gibt ein nächstes Jahr. Alles Gute!